Das Ornat bleibt zwar bis zur Proklamation im Schrank, aber heute ist ganz Nippes Dreigestirn. Von Bastian Ebel Vorhang auf für das designierte Trifolium Michael Geholt, Prinz, Erich Ströbel, Jungfrau, und Christoph Stock, drei echte Freunde von der Nippeser Bürgerwehr um den stolzen Präsidenten Arthur Tybosek. Spannung steigt. Denn am Samstag werden sie bei Oberbürgermeisterin Henri de Rege ihren Dreigestirnsvertrag unterzeichnen, und das mit teils wackeligen Knien. Die Anspannung ist von Tag zu Tag gestiegen, so Prinz Junior Michael Geholt. Nach Alfred Mervendemond und Johann Maria Farina ist er mit 30 der drittjüngste Regenz der Neuzeit und will Generationen verbinden. Wir möchten zeigen, dass Jung und Alt wunderbar gemeinsam feiern können, gibt Geholt die Jäke Marschrichtung für die Session unter dem Motto Mekölsche Danze Osterei vor. Platz der Prinzessin noch frei Ob zur Proklamation am 5. Januar im Gürze nicht auch eine Prinzessin an seiner Seite ist? Denn Prinz Michael und Jungfrau Emme, Erich Ströbel, gehen beide, noch, solo in die Session. Da müssen sich die beiden auf den staatsen Bauern Christoph verlassen. Und auf seine Ehefrau Anja, 50, die bislang die einzige First Lady bei den Regenten ist. Bauer Christoph hat sich schon ein Rezept zugelegt, sollten der Prinz und die Jungfrau über die Stränge schlagen, wenn die beiden in der Hofburg nebenan zu laut Spaß haben, komme ich mit einem Eimer kalten Wasser vorbei. Dolls Dreigestirn Spaß und Freude, diese Dreiecken haben das Prinzip des Fasteliers schon längst verinnerlicht. Ich bekomme schon jetzt Gänsehaut, wenn wir zur Sessionseröffnung die Menschen auf dem Heumarkt sehen, freut sich Prinz Junior wie Bolle auf seinen ersten großen Auftritt in der fünften Jahreszeit. Allah Sie sind das Dreigestirn Prinz Junior, Michael 2 Geholt Dass aus Michael Geholt mal Prinz Karneval wird, war eigentlich glasklar. Ich habe im Kindergarten schon die ganze Fastenzeit über einmal Prinz Zosin gesungen. So lange bis man meinen Eltern sagte, jetzt müsse aber mal Schluss sein, lacht der 30-Jährige. Geholt absolvierte eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann bei der Lanxess Arena, ist nun Geschäftsführer der Künstleragentur Ahrens. Damit die Trate in die Fußstapfen seines Patenonkels Manfred Wolf, ehemaliger Präsident der Nippeser Bürgerwehr. Geholt ist Nippeser durch und durch, ich könnte meine Heimat nie verlassen. Selbst Niel ist schon zu weit Weg, grenzte Literat der Bürgerwehr. 1996 war er bereits Kölner Kinderprinz. Jungfrau Emme, Erich Ströbel Gebürtig kein Kölzer Jung, aber die Liebe zum Fastelöwen dem Hetz. Vor 17 Jahren war ich das erste Mal auf dem Heumarkt, sagt Emme alias Erich. Sofort war er infiziert. In der Session hätte er auch gerne einen Abstecher in seine Heimat Hohenlohe, Baden-Württemberg, gemacht. Aber das ist wegen der Entfernung nicht möglich. Der 50-Jährige ist Vertriebsmanager bei einem großen Kinderrangsproduzenten und seit 2007 Mitglied bei den Nippesern. Emme heißt er als Jungfrau übrigens nach seiner verstorbenen Mutter. Teil des Dreigestirns zu sein, war schon länger sein Traum, nur fehlten die Kollegen. Michael Geholt sagt über Jungfrau Emme, unsere Tanzmaus sorgt immer für Struktur. Bauer Christoph, Stock Bauer Christoph, 50, ist ganz fest in seinem Wedel verankert. 1986 übernahm er die, Wedels, Metzgerei-Stock seines Vaters Hubert, 82. Der sagte früher immer zu ihm, für Karneval haben wir kein Sieg. 1999 trat er trotzdem bei den Appelsinefunke ein, ist heute Chef des Korps à la Suite. Privat ist der Oberhaupt eine Großfamilie, mit Frau Anja, 50, hat er vier Kinder, Kelly, 13, Sedney, 15, Isabel, 24, und Zinnia, 28, minus so wir englichen Finja, neun Monate. Zwei Pflichttermine stehen bei dem Familienmensch ganz oben in der Session, die Geburtstage seiner Eltern. Prinz Michael sagt über ihn, Christoph spricht sehr gerne, nicht. Er kann zwei Stunden ruhig sein, haut dann aber richtig einen raus.